Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder mit dabei Master Kerio und wieder mit unserem deutschen Grind für ihn. Ja, der neue Fahrzeug. Stuck 3F Junge, Stuck Live geht jetzt ab. Ja, schauen wir mal. Wie bitte? Jetzt haben wir ja schon eine Weile hier hinten rum getrödelt, das ganze Team ist schon vorne. Ja, eher Kanonenfutter-Taktik, kennst du doch. Operation Black Shield, war das nicht so? Ach, keine Ahnung. South Park. Ich muss gestehen, ich habe jetzt so ewig keinen South Park mehr geschaut. Naja, da gab es eine Abteilung, wo Chefkoch und alle Fahrwegen drin waren. Die standen halt in erster Linie. Ah, ok. Ok, ich habe merkwürdige Anzeige-Bugs. Bei mir rendern sich gerade Zäune, super spät. Ok. Irgendwie hat es mir bei dem Update aber auch die ganzen Einstellungen verhauen. Die Map-Details sind glaube ich auch runter. Ich meine, ich habe meine auch noch mal neu eingestellt, aber die waren jetzt nicht, äh, nicht zurückgesetzt. Alles noch beim alten. Ach, Artilleriefeuer. Da lache ich drüber. So, jetzt wird hier aber schon ganz gerne mal einen Gegner sehen. Hier wird die ganze Zeit geschossen. Ja, ich glaube hier vor mir ist gleich einer. Oh ja, KV-1. Hilfe. Du darfst. Äh, wieso werden mir hier keine Treffer angezeigt? Das weiß ich auch nicht. Lebt der da hinterm Eck noch? Ja. Dann juckt aber irgendwie gar nichts, sich auf ihn schieß. Ziel unbeschädigt. Genau von hinten, ist klar. Jetzt. Und ich bekomme nicht meine Abschusshilfe, hast du ne Sauerei. Alter, Team-Mate, stell dich doch nicht genau vor mich. Pass auf, am Fluss ist einer. Noch einer, oder war das der, der jetzt eben abgeschossen wurde? Das weiß ich nicht. Oh, da scheint noch einer zu sein, wo so wieder gebombt wird. Pass auf, oben auf dem Berg steht irgendwas. Mhm. Wir gehen uns mal ganz kurz hier um die Ecke. Ich gehe capen. Au, das war ne Bombe. Äh, ja. Immer wieder toll. Lass du ein schönes Pfeifen, eine Sekunde später bist du tot. Ja, ja. Das kennst du ja schon zur Genüge. Ja, ja. Oh, ist das Pfeifen oder ist das mit dem Sterben? Sowohl als auch. Ach. Das ist ja noch ein Flak. Kannst du eigentlich nochmal rein? Ah, ja. Ich bin doch schon, ich bin schon wieder unterwegs, ja. Alle Dudes. Oh, die Arme. Geist mal nicht alles weg. Ich will auch noch was. Ja, unser Team ignoriert Gegner auf dem Hügel auch gut. Ja. Oh, warum auch nicht, ne? Ja. So, dann schauen wir mal. Kommt hier noch irgendwas? Was? Oh Gott, guck mal auf die Map. Das ist ja schon wieder Spawn-Camping vom Feinsten. Na ja, weiter hinten gibt's halt nichts mehr zu tun, ne? Ja. 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 Ich bin in die Spawn-Protection gefahren. Tja Leute, hier seht ihr ne neue Mechanik, ich geh jetzt drauf. Tschüss Das ist so bescheuert Ich finde das System nicht gut Ja mal gucken Vielleicht kriege ich noch ein Flugzeug Eins weniger Wehrt sich da hinten noch irgendwas Ich war jetzt bis eben damit beschäftigt Einen Hetzer hier rauszuziehen Oh, äh Bömmchen, schnell weg hier Aber irgendwie Nee Bis auf einen Bomber Der hier eben vorbeigeflogen ist War ja nix Es gibt nur noch das Flugzeug Das sind E-L2 Die hält ein bisschen was aus Komm näher ran Ja, ich glaube da können wir direkt noch was hinten dran hängen Ja, durchaus Ja, ja, ja Noch ein Stück Noch ein Stück Ja, guck Juhu Panzer Ist noch ein Na, hallo Ist engst du mit das Rohr Oh, ist nicht mal ein Panzer Sag mal Gegen Häuser fliegen Machen sie auch alle immer gerne Ist ja noch die Spawn Protection Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü möglich ach so der wird gerade beackert wie wird ja ist im panzer jetzt ist er kaputt immer treibe ich ja noch ein bisschen gartengrünschnitt genau haben wir das bald mal was ist es denn keine ahnung ich schieße einfach in richtung rauch ich habe keine ahnung was da noch sein soll jetzt gar nichts mehr jetzt ist gar nichts mehr da ja das war ein schnelles vergnügen naja mal gucken wie die nächste wird das musste aber noch ein bisschen verbessern ja ich hatte halt kaum feinkontakt mal wieder so selbe spiel wie immer alles über 30 sekunden wird rausgecutt genau ja und falls ihr irgendwas bestimmtes sehen wollt dann schreibt das einfach in die kommentare ich bin gern offen für vorschläge und wenn einer irgendwelche fahrzeuge hat die ich gerne zusammen fahren würde dann sagt mir gerade wann es euch passt dieses spiel ist immer sehr schnittfreudig bis gleich leute da sind wir wieder hat fünf sekunden länger gedauert als ich dem spiel zeit gelassen habe hat sich super gelohnt ja auf jeden fall diesmal unterstützen wir kevin mal ein bisschen als supporter neuerworbene stu null ausgebaut neuerworbene stu null ausgebaut ist meine stu null ausgebaut ist meine stu null ausgebaut ja aber deine stu null ausgebaut hat wenigstens ne pack das stimmt und nen kürbis vor allem ist nicht so buschig wie deine naja kommt der alte ich muss mich rasieren wird es wieder achtung panzerschild mal eben weg 40er begrenzung auch braucht kein mensch auch da halten wir uns aber noch ganz gewissenhaft dran ja gut stell dir mal vor wir bekommen jetzt rückenwind oh nö alternative geschichte wir und die russen gegen den rest das erklär doch den kv2 da vorne ja nehmst du die nächste abwegung nehmst du da wo der Kollege gerade rein fährt genau genau ja ja ich ich pushe mal vor jo nein ich bleib bei einem haus hängen wow ich bin tot alle vier crewmitglieder mit einem schuss ausgenockt okay ja ich meme die flugabwehr alles klar fliegt denn überhaupt schon irgendwas rum ich habe noch nichts gesehen ich habe noch keine bombe auf den kopf bekommen sagen wir es mal so ah oh mein gott der schreck ich wurde vom selben typen erschossen der dich gekillt hat auch ein schuss die die splitterwirkung von den japanischen granaten ist mittlerweile echt heftig das problem ist eben er hat mich von rechts getroffen ja stimmt du hast nur drei besatzungsmitglieder ne nicht nur vier aber drei davon in einer linie hm aber links das problem ist rechts sitzt die munition ja ja also ich kann nicht nochmal rein dann leidest du hast du keine flackfahrzeuge dabei äh doch eins habe ich glaube ich dabei ja weil das du müsstest du benutzen ich habe auch keinen schuss abgefeuert und getroffen und darf nochmal rein ok interessant was hast du denn dabei weiss ich gerade nicht aus dem kopf so jetzt spielen wir das waiting game obwohl diese japaner kann ich auch mit der vierlinge raushauen ja schaust halt mal auf alles was sich bewegt ja panzerungen haben die nicht die haben nur dicke kanonen obwohl die tds die neuen die sind echt heftig ach guck mal da fliegt doch was wo 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 hinterm baum jetzt gerade oder beziehungsweise ganz oben was war denn des na ja traditioneller kamikaze pflege das war aber ein dritte vielleicht sah es ein japaner am steuer Oh Dreck, da ist ein Sherman-Panzer Uh, der ist tot Jetzt werden Tiger natürlich geil, ne? Ja Also frontal auf einen Sherman-Ballern, das hätte nichts gebracht, außer meine Position preiszugeben Wie war das, 10 Sherman auf einen Tiger? Drei Drei nur? Ja Naja, auch gut Was? Ich, ich, ne, 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 ich glaub wir hören jetzt auf Ja, so, Runden gibt's auch mal Ja Muss man so hinnehmen Wird von einem Kannibalen getötet Ja, Leute, also wie gesagt, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, schreibt's in die Kommentare Wir bedanken uns fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Tschüssi Ciao, ciao 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 Ciao